Wir dürfen über vier Runden jetzt hier, vier Rennen bestreiten. Alles verstanden? Fahrer, fertig, ab! Jawohl! Aber vor dem Rennen, der jetzt in dieser Rache, hier im zweiten Rennen des heutigen Tages. Eigentlich schade, dass die Ernstbarren noch nicht da sind. Vielleicht kommen sie ja zum Elite-Rennen dann. Wir sehen uns nachher bei der Siegerehrung noch. Martin Portsner, Bürgermeister der Stadt Arnsbach. Danke sehr. Eine ganz tolle Veranstaltung. Ich weiß, dass da ganz viel Ehrenamtliches Engagement drinsteckt. Ich weiß, dass mein Verein auch immer finanziell knapp bei Kasse ist. Und deswegen darf ich euch noch aus den Verfügungsmitteln der Stadt eine kleine Spende mitgebracht. Und ich bin mir sicher, das ist klar, dass ich mit guten Händen trage. Da kriegst du erst mal die gute Hände. Kennst du meinen Bürgermeister? Ja, das sind sie, unsere Jüngsten. Aber ich weiß, wie das klack- .. Aber ich weiß, wie das man meine goin denn ... Das war das ist Spassierende. In Valer & willing! Vielen Dank.